mal auf ein feld da unten 1 zoll münzen ja das wird immer teurer guck mal die olle beach umso mehr etwas Zeit umso teurer wird das bin ich der Meinung dass das so war ja da musst du immer mehr zahlen also wenn einer da 50 rein knallt muss der nächste auch gleich 50 nehmen ja ja zentos er ist ein cheater ich bin ja nicht krank ich höre mal im kreis auch ja geht her ja drück mal gleich ja drück mal gleich zentos vielleicht kriegst du jetzt den Stern kann ja du kannst du kriegen dann müssen wir dir jetzt sein mal wie sogar noch vorteil verschaffen ja der ist jetzt bei dir ja auf mich das irgendwie keine Ahnung hätte ne ja komm vier gegen einen wäre doch vier gegen dein wäre doch schön gewesen ja kann kribasen ja gut dass ich keine kämmer nacht mach mal das Bäckchen ja eigentlich na was ist das für eine Fresse jetzt oh mein Gott mein Gott ein btf gefunden hm 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 gebrauch du bis wärst du ja unten rechts alter wie geteatet ich bin kein stück abgerutscht an nichts überhaupt nichts gut oder haben sie getauscht haben wir denn schönes wenn du das reifen was freut mich gerade irgendwie ich kaufe vor ein oder wo viel auch nein oder kommen mit 1 drauf ja ja und muss ja nicht so viel würfeln keine zehn nein ich kann mich an wüstensprint ja wie beim letzten mal du einfach die ganze zeit gas ich werde auch ab und zu bremden drück um dein leben Aber trotzdem ein bisschen zu langsam. Ja, dein Bremsen. Ich musste, ja einmal habe ich zwei gebremst. Ja. Aber ich musste bremsen, wir werden sonst abgekürzt. Egal. Ich will mal neue Rekorde haben. Wir werden abgeschmiert. Egal. Dann ist das nicht egal. Ja. Oh, der Schlag. Oh, direkt dahinter so ein Ding. Danke, meine Müssen. Ja, von wem sonst? Von dir? Von Vario? Nein, du hast die meisten Münzen. Sechs Stück, hat sich ja richtig gelohnt. Hallo, du spendest auch so schöne Münzen, habe ich gedacht. Aber wenn du jetzt eins würfelsen, ne? Boah, ich hätte dich nicht hast. War klar, dass ich keine Einswürfel. Was endest, wenn es der Rettung geht, der platzt doch schon wieder. Bist du dicker geworden? Ich habe gerade recht hier gesehen, also ich will auch gut. Und das Spiel lande. Und das habe ich auch nie wirklich geschafft, komplett. Ich glaube, einmal oder zweimal habe ich es damals geschafft, aber schwierig. Besonders, wenn das nicht. Das ist Mario Party. Gehört dazu, sind Features. Hm, seit wann? Seit Neuesten. Fick dich. Kannst du nichts gegen machen, Zettos. Fuck nicht. Oh, mein Gott, schafft das noch? Zu früh abgesprungen. Mies. Aber das Gleck irritiert auch schön. Ach, da kann es ja nichts gegen machen. Nicht, ach. Ja, was willst du gegen machen, Zettos? Nee, aber das irritiert. Ja. Das Gleck gar nicht. Nein. Aber wenn wir mal mit Mario Party echt. Alter, wie ich einen Arsch, ne? Hm? Guck mal, was bei Clamp passiert. Ja, und? Oh, mein Gott. Das ist ein beschissenes Level, finde ich. Ja, ich muss jetzt erst mal gleich von Mario Münzen abziehen. Oh, Knallfall. Ja. Olga Münzen. Okay. Okay. Das war'sintendrend. Nein. 될 reMen. four album. du hast kurze momente nachher gab zu klein also auch hoch und da wurde eben nicht mehr richtig ich habe ja richtig gedrückt dass er runtergegangen ist aber doch nicht gemacht aber naja ist doch nicht schlimm